Mitten im Herzen von Casablanca arbeitet der Kundenservice im Auftrag von Ortele Mobile. Wir stellen die persönliche Geschichte einiger der Menschen vor, die als Angestellte bei dem Unternehmen NUCO tagtäglich mit Ortele Kunden in Deutschland sprechen und E-Mail Anfragen beantworten. Dabei geben wir auch spezielle Einblicke in den Alltag der Menschen in der 3,3 Millionen Einwohner Metropole in Marokko. Hallo, ich heiße Abdelatif, ich komme aus Marokko und ich arbeite mit NUCO für das also für Ortele Mobile als Kundenberater und als Qualitätskontrolle. Also ich mache gleichzeitig beides, Kunden betreuen und die Qualität auch kontrollieren, damit alles super läuft, da unser Ziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden zu erreichen und die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns wirklich das wichtigste und das erste Punkt und wir arbeiten viel daran. Ich habe in Deutschland seit, also nicht seit, sondern über zwölf Jahren gelebt und in Deutschland habe ich mein Deutsch gelernt als Student. Ich habe auch viele Kontakte mit deutschsprachigen Leuten, mit Deutschen, mit Ausländern, die auch Deutsch sprechen. Für mich war eine sehr gute Gelegenheit, mein Deutsch zu verbessern. Ich habe in Deutschland studiert und natürlich habe ich auch gearbeitet. Also als Werkstudent in verschiedenen Firmen habe ich so viele Erfahrungen gesammelt in allen Bereichen. Und in Freizeit war ich sehr, sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs. In Deutschland gibt es sehr, sehr schöne Natur. Es gibt sehr, also Berge, also Wälder, also grüne Flächen und man kann die Zeit wirklich sehr, sehr genießen. Und in Deutschland gibt es auch sehr viel Sicherheit und sehr viel Sauberkeit und Ordnung. Und das möchte ich wirklich in Deutschland. Also wenn ich an Deutschland denke, dann denke ich automatisch an drei Sachen. Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung. Das sind Sachen, die wirklich, also weiß ich auch in verschiedenen Ländern in Europa, aber in Deutschland war, also gibt es immer so einen Unterschied. Also Mülltrennung zum Beispiel gibt es nur in Deutschland. Biotonne zum Beispiel und dies und das. Aber das macht wirklich das Leben bequemer. Biotonne zum Beispiel. Biotonne zum Beispiel. Biotonne zum Beispiel. Biotonne zum Beispiel.